Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Eins vorweg, ich bin kein Anlage- oder Finanzberater, ich habe auch keine Glaskugel vor mir stehen und über all das, was ich hier rede, soll natürlich keine Kaufempfehlung darstellen. Und bevor ich mit den AMC wichtigen Daten, Informationen und heute gibt es wirklich einiges, was ich sagen möchte, zum Sprechen komme, möchte ich natürlich noch einmal auf den 19.06. zu sprechen kommen. Dort gab es ja von der Community, die gespendet haben und von mir eben eine organisatorische Geschichte und zwar wir lassen einen Bus mit diesem Banner auf beiden Seiten, links und rechts vom Bus und hinten durch Frankfurt fahren, natürlich auch durch das Börsenviertel. Einige haben ja schon gesagt, sie werden selber auch nach Frankfurt kommen mit einem Gruppenbild vor diesem Bus. Also ich bin selber auch vor Ort. Die genaue Uhrzeit werde ich natürlich noch bekannt geben und werde euch, ich denke mal, Mittwoch, Donnerstag auch mitteilen, dass ich alles live auf Twitter, ja, Updates gebe, Fotos, Videos und so weiter. Also, seid gespannt, 19.06. in Frankfurt am Main. Und ja, was ist jetzt hier so für Neuigkeiten? Was gibt es denn überhaupt? Es ist doch Wochenende. Das ist absolut richtig, aber es gibt wirklich zwei, drei Sachen, bevor ich da jetzt darauf zu sprechen komme. Ja, gestern konnte man am Samstag über Lang und Schwarz handeln, ein Plus von 5,78%. Heute Abend kann man auch nochmal handeln. Da bin ich gespannt, wie weit es da nach oben geht oder wie weit nach unten es geht. Aber, und das sage ich immer dazu, ist, man darf jetzt hier nicht so viel Wert drauflegen, aber ich gehe stark davon aus, dass wir morgen definitiv mit einer grünen Zahl in den Tag gehen und über die Woche hinweg wird es sehr, sehr spannend werden. Und warum wird es spannend? Es sprechen ja ganz, ganz viele Leute von dem Freitag, von dem 18. und umso mehr freut es mich, dass am 19. einen Tag später der Werbebus fährt. Aber was ist denn am Freitag? Was wird da passieren? Und zwar, man kann es hier sehen, am Freitag laufen 414.000 Calls aus. Und diese sind natürlich abhängig von dem Kurs. Das bedeutet, es werden die Hedgefonds bis Freitag enorm, und da gehe ich sehr, sehr stark davon aus, enorm versuchen, den Kurs zu drücken. Ich denke mal, es könnte sogar auf 20 Dollar und so weiter runtergehen, außer wir halten dagegen oder kaufen sogar nach. Natürlich ist es schwierig, dass wir, ja, weltweit ist es tatsächlich möglich, aber wir Deutschen ist es sehr schwierig, dass wir hier überhaupt ansatzweise den Kurs beeinflussen können. Aber um dies zu erreichen, dass diese Calls, ja, gekauft werden müssen, muss eben ein Kurs über 40 Dollar auf jeden Fall gehalten werden, wenn nicht sogar höher. Umso höher, natürlich umso besser, umso mehr Calls, ja, müssen zurückgekauft werden beziehungsweise umgewandelt werden in Aktien. Und das ist eben dieser sogenannte Freitag. Also das ist wirklich ein Tag, und dieser Tag kann den Gamma Squeeze auslösen. Was ist der Gamma Squeeze? Wie ich gerade schon gesagt habe, es müssen diese Calls zurückgekauft werden durch echte Aktien. Und dann ist das im Prinzip wie so ein Schneeballsystem. Der Kurs steigt, es werden immer mehr Optionen freigeschaltet und, und, und. Und dann ist das wie ein Schneeball-Effekt. Wichtig ist natürlich nur, dass wir an dem Freitag den Kurs so weit wie möglich nach oben schließen können. Und wenn dies erfolgt, durch diesen, ich sage jetzt mal einfach in Anführungsstrichen, Schneeball-Effekt, kann der Margin Call ausgelöst werden. Was ist das? Ich formuliere es jetzt einfach mal ganz einfach. Es ist ein Computer, der rechnet aus, wie viel Geld hat ein Hedgefonds, wie viel kann er wirklich zurückbezahlen. Und dann, wenn er es nicht mehr könnte, das rechnet der Computer im Prinzip alles automatisch aus, werden entsprechende Optionen automatisch geschlossen. Und dann kann dadurch der Motion Call entstehen und, ja, der Kurs wirklich extrem durch die Decke gehen. Aber, es kann natürlich auch sein, dass am Freitag, ja, der Kurs so enorm gedrückt wird, dass eben hier keine 414.000, sondern vielleicht nur 100.000 Calls gedeckt werden müssen, wenn der Kurs zum Beispiel nur jetzt bei 15 oder 20 Dollar ist. Also, ich bin wirklich sehr gespannt, was diese Woche passiert. Es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Tag. Da sprechen ja eigentlich alle schon von. Es ist ein richtig wichtiger Tag, ein entscheidender Tag. Und hier könnte tatsächlich wirklich was Großes passieren. Der Kurs könnte dann rasant auf 500, 600 Dollar steigen. Aber man muss bedenken, die nächste Woche drauf könnte auch wieder der Kurs auf 50 Dollar runterfallen. Das heißt aber nicht, dass das dieser Short Squeeze war. Überhaupt nicht. Sondern nach einem Gamma Squeeze ist meistens, dass der Kurs erstmal enorm wieder fällt. Und dann entsteht erst der Short Squeeze. Also, ich kann nur sagen, halten, halten, halten. Wenn man die Möglichkeit hat, nachzukaufen. Ich bin mittlerweile wirklich, und das wisst ihr, ich habe ja eine größere Summe Xiaomi-Aktien. Ich habe von Anfang gesagt, ich werde hier nicht beigehen. Aber ich überlege tatsächlich, ob ich die Hälfte rausziehe, um nochmal zu investieren. Denn es ist alles, was hier ist, ist wahrscheinlicher als ein Lotto-Gewinn. Das muss man einfach ehrlich so sagen. Und ja, dann ist natürlich wieder eine wichtige Sache. Und zwar, ihr solltet auf jeden Fall von eurem Broker eine Bestandsbestätigung euch organisieren. Dafür gibt es genug Vorlagen bei Google. Das findet ihr. Ihr könnt euch auch hier bei AMC eintragen. Hier einfach eure E-Mail-Adresse, alle Häkchen setzen. Und dann werdet ihr über sämtliche Sachen informiert. Warum eine Bestandsbestätigung? Einfach aus dem Grund, weil am 29.07. ist ja Hauptversammlung. Und dort wird ja wirklich offiziell bekannt gegeben, wie viele Aktien hat man. Und wie viele davon sind echte Aktien. Denn man geht ja mittlerweile aus, dass es ungefähr 2 Milliarden synthetische Aktien gibt. Und das ist eigentlich so nicht erlaubt. In Anführungsstrichen. Und durch diese Bestandsbestätigung wird nachgewiesen. Und die schickt man dann an AMC. Das läuft alles über Anwälte. Und dann kann man wirklich sehen, wie viele synthetische Aktien gibt es denn tatsächlich. Und dann sind die Hedgefonds wirklich im A-Punkt-Punkt-Punkt. Das ist einfach so. Also eigentlich gibt es nichts mehr, eigentlich sage ich extra, was dagegen spricht. Aber, und das habe ich auch erfahren, ist so, dass zum Beispiel Hedgefonds mittlerweile auch echte Aktien gekauft haben. Und sie wetten mittlerweile nicht nur auf fallenden Kurs, sondern auf steigenden Kurs. Das heißt, sie sichern sich in beide Richtungen ab. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich ein Hedgefonds wäre und es wäre gerade die aktuelle Situation, würde ich es tatsächlich machen. Denn, dass der Kurs steigen wird, ist eigentlich zu 99,99999% klar. Und die Hedgefonds wissen das auch. Und sie werden mit sämtlichen Möglichkeiten versuchen, diesen Kurs zu drücken. Das wird viel durch Psychologie sein, durch Manipulation, durch Ablenkung, vor allem wie, ja, jetzt in andere Aktien oder in andere Unternehmen, was wir letzte Woche gesehen haben. Und das wird, glaube ich, noch viel, viel extremer sein. Und leider, leider, leider lassen sich natürlich viele auch davon ablenken. Wenn jetzt zum Beispiel irgendein kleines Unternehmen auf einmal der Kurs auf 500% steigt, lassen sich natürlich viele Anleger hier ablenken. Auf gar keinen Fall irgendwie Geld oder Aktien aus AMC rausnehmen, verkaufen, denn das wäre das Schlimmste. Also unbedingt diese Bestandsbestätigung euch besorgen. Wie gesagt, es gibt genug Vorlagen. Und, ja, und das ist wirklich, wie gesagt, der Grund, warum der 18. so enorm wichtig ist. Natürlich wieder eine kleine Motivation. Hier die Seite AMC Floor for Apes. Der Kurs sollte aktuell bei 2300 Dollar stehen. Ungefähr, ist jetzt nicht 100%ig so, aber um diesen, äh, ungefähr um diese Zahl. Und dann gab es heute, habe ich bei Reddit gelesen, die Feds wollen 715 Milliarden Dollar zurück bis Juni, bis zum 25. Juni. Also, das bedeutet, es sind immer mehr, ja, Institute, die mittlerweile ja selber vorsichtig sind. Die Hedgefonds leihen sich immer mehr Aktien, die wollen, sie, oder das kostet natürlich unheimlich viel Geld. Und mittlerweile, ja, die Feds 750 Milliarden Dollar zurückbekommen, äh, in Reserve. Und das ist schon ordentlich. Also, das müssen die auch erstmal gewuppt bekommen. Ähm, und, ja, es gibt eigentlich nichts, was aktuell gegen uns spricht. Also, der Kurs kann theoretisch nur noch steigen. Natürlich muss man sagen, wir haben wieder 1,5 Millionen verfügbare Optionen. Aber ich glaube, die sind relativ schnell, äh, verschossen. Ähm, das, das sieht man ja jeden Tag eigentlich, wie schnell sie diese verschießen. Und dementsprechend haben sie eben, äh, enorme Zahlungen, äh, am Tag, die sie leisten müssen. Und man hat es ja, gestern, habe ich im Video schon gesagt, seit Mai knapp 6 Milliarden Dollar, ähm, Verluste gemacht, durch, geschortete, oder durch ihre Short-Attacken. Äh, das wird eigentlich immer mehr und mehr. Ja, also, wie gesagt, der 18. nächste Woche ist sehr, sehr, äh, wichtiger Tag. Und wichtig ist, bis zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall halten. Und auf die Fragen, wann sollte man kaufen? Also, ich persönlich gucke mir das jetzt morgen erstmal an, wie sich der morgige Tag verhält. Und dann, denke ich mal persönlich, werde ich so, ja, Donnerstag einsteigen, beziehungsweise Freitag morgen, denn, oder, beziehungsweise, sorry, Freitag, wenn die US-Börse aufmacht, also 15.30 Uhr, denn dann gibt es ja immer diese Dips. Ähm, denn Freitag, wie gesagt, da müssen halt eben sehr viele versuchen, gegen die Hedgefonds noch zu kämpfen. Und da will ich auf jeden Fall Teil davon sein. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Heute kommen noch ein, zwei Videos von mir. Und bleibt auf jeden Fall beim Ball. Ich freue mich, euch morgen wiederzusehen.